Bock auf den süßesten Verführer in deinem Glas? Willkommen zur Wagemut Tasting Week. Sieben Tage, sieben Rums. Ups, ups, ups. Heute geht es natürlich um den leckeren Rumlikör Ida van der Ille. Eine Kreation von Nikolaus Kröger, dem Chef von Wagemut. Ida ist eine Rumspirituose mit vollmundiger leckerer Süße. Perfekt für alle Naschkatzen und Rumneulinge. Wenn du den auf den Tisch stellst, machst du einfach nichts falsch. Aber was macht die Ida denn so besonders? Echte Vanille, kein bisschen Künstlichkeit, kein Bullshit. Und nur mit 33% abgemischt und das bedeutet besonders mild. Genießt die Ida pur, mit Eis oder im Kaffee. Das Rezept 50-50. Kannst nichts falsch machen. Wenn du ein Freund von Don Papa Barocco bist, wenn du überhaupt ein Freund von vielleicht Elixieren bist, dann darfst du die Ida nicht verpassen. Gönn dir diesen Genuss und tauch in die liebliche Welt der Ida ein. Die Ida nicht hinterfานstatt. Man muss von Uda gut mit怜ren lassen. ...